400 Watt Dreiklinge Windgenerator Windkraftanlage Garten Vertikal Windrad Windturbine Spezifikation Zustand Neustauerungssystem Elektromagnetismus Start Windgeschwindigkeit 1,3 Meter 12 Inch Pro Sekunde eingeschaltete Windgeschwindigkeit 2,5 Meter 98 Inch Pro Sekunde nennen Windgeschwindigkeit 11 Meter 433 Inch Pro Sekunde Max Momentane Windgeschwindigkeit 40 Meter 1575 Inch Pro Sekunde die momentane maximale Windgeschwindigkeit 45 Meter 1772 Inch Pro Sekunde Blades Quantität 3 Mit verschiedenen Farben Durchmesser der Blätter 0,6 Meter 24 Inch Höhe der Blätter 0 Preis etwa 337,61 Euro 0,6 Meter 0,6 Meter 0,6 Meter